Hallo zu diesem Video über lineare Gleichungssysteme, bei dem ein lineares Gleichungssystem mit drei Gleichungen und drei Unbekannten gegeben ist, wobei die Lösungstrippel 1, 0, minus 2 und 4, 1, minus 2 bekannt sind. Wie du siehst, ist das LGS selber gar nicht hier aufgeführt, sondern soll später ein mögliches LGS mit dieser Charakteristik bestimmen, nachdem du vorher unter Verwendung der beiden bekannten Lösungen die gesamte Lösungsmenge aufgestellt hast. Und schließlich soll es in Aufgabe C dann noch ein weiteres Lösungstrippel des Gleichungssystems bestimmen. Übrigens, wie immer, gibt es auch zu dieser Aufgabe einen Arbeitsplatz zum Download. Den Link findest du hier oben und in der Videobeschreibung, damit du aktiv mit- und nachrechnen kannst. Okay, wir haben also ein lineares Gleichungssystem mit drei Gleichungen und drei Unbekannten. Und wir haben zwei Lösungstrippel hier angegeben. Die Tatsache, dass hier zwei Lösungen angegeben sind, bedeutet ja, dass das LGS keine eindeutige Lösung hat. Dann hätten wir nur ein Lösungstrippel und dass es auch nicht keine Lösung hat. Wenn wir jetzt zwei Lösungen angegeben haben, bedeutet das, dass wir tatsächlich unendlich viele Lösungen haben. Und das sind eben halt nur zwei davon. Um jetzt für Aufgabe A eine Lösungsmenge zu kreieren, die diese beiden Einzellösungen beinhaltet, kann man doch eine Geradengleichung aufstellen für eine Gerade, die durch diese beiden Punkte geht. Und die Koordinaten aller dieser Geradenpunkte wären dann die Lösungsmenge. In einem früheren Video haben wir schon den Fall kennengelernt, dass man ein LGS mit drei Gleichungen und drei Unbekannten mit dem Gauss-Verfahren löst und als Lösung eine Geradengleichung erhält. Den Link blende ich nochmal ein. Also stellen wir jetzt diese Geradengleichung auf, x-Vektor und dann nehmen wir als Stützvektor einen der beiden Punkte, zum Beispiel 1, 0, minus 2, der Ortsvektor zu diesem Punkt, dann plus Parameter, ich nenne ihn mal R und dann konstruieren wir einen Richtungsvektor, der von 1, 0, minus 2 zu 4, 1, minus 2 geht und den Richtungsvektor konstruieren wir doch aus dem Ortsvektor der Spitze, 4, 1, minus 2 und dann minus, minus, minus und hier kommt der Ortsvektor des Anfangpunktes hin, also 1, 0, minus 2 und das zusammengefasst ergibt 1, 0, minus 2 plus R mal 3, 1, 0. Das ist die vektoriale Darstellung der Lösungsmenge, also eine Geradengleichung. Wir können die Lösungsmenge auch in Mengenschreibweise angeben. Das wäre 1 plus 3R, das wäre die x1-Variable, dann R und dann minus 2, wobei R eine reelle Zahl ist. So, das war Aufgabe A. In Aufgabe B heißt es, formuliere ein mögliches LGS mit dieser Charakteristik. In diesem LGS sollen alle Koeffizienten der Variablen ungleich 0 sein. Okay, wir hatten auch schon mal ein ähnliches Video, wie wir aus der Lösungsmenge ein LGS konstruiert haben. Den Link blende ich hier oben nochmal ein. Wie geht man da jetzt vor? Zunächst schreiben wir diese Lösungsmenge hier zahlenweise untereinander. x1 ist doch 1 plus 3R, x2 ist R und x3 ist gar nicht abhängig von R, ist also immer minus 2. So, jetzt gilt es aus diesem System hier den Parameter R zu eliminieren und die zweite Gleichung sagt doch hier, dass R x2 ist, also können wir doch hier in die erste Gleichung für R x2 einsetzen. Dann kriegen wir ein LGS, x1 gleich 1 plus 3x2 und hier unten x3 gleich minus 2. Was wir jetzt hier haben, ist eigentlich ein lineares Gleichungssystem, das eben halt diese Lösungsmenge hat. Aber gemäß Aufgabenstellung sollen wir ja ein LGS mit drei unbekannten und drei Gleichungen erstellen, wobei die Koeffizienten der Variablen alle ungleich 0 sein sollen. Wie machen wir das jetzt? Erstmal schreiben wir das hier oben ein bisschen um, damit es ein bisschen mehr wie ein Gleichungssystem aussieht, wo wir auf der linken Seite die Variablen haben und auf der rechten Seite die Zahlen. Also x1 und dann bringen wir das mit minus rüber, minus 3x2 und hier auf der rechten Seite steht die 1 und hier in der zweiten Zeile steht x3 gleich minus 2. So, jetzt haben wir ja nur zwei Zeilen, wir brauchen also noch eine dritte Zeile und außerdem sollen ja alle Koeffizienten, die auftreten, von 0 verschieden sein. Jetzt sind hier aber einige Variablen, haben den Koeffizient 0. Wir müssen das Mini-LGS also in dem Sinne künstlich aufpimpen, damit man nachvollziehen kann, was ich jetzt mache. Dann nenne ich die erste Zeile mal römisch 1 und die zweite Zeile römisch 2. So, im nächsten Schritt konstruieren wir dann ein LGS, das aus drei Zeilen besteht. Ich nenne die Gleichung jetzt mal römisch 1a bis römisch 3a. Und die gehen hervor aus der Kombination von römisch 1 und römisch 2, sodass alle Variablen auftreten, also von 0 verschiedene Koeffizienten haben. Zum Beispiel könnten wir doch die erste Zeile erhalten, indem wir die römisch 1 Gleichung mit römisch 2 addieren. Dann steht hier x1 minus 3x2 und dann plus x3 und dann hier 1 plus minus 2, also minus 1. Oder wir könnten für die zweite Gleichung zweimal römisch 1 nehmen und dann römisch 2 subtrahieren. Wie gesagt, das ist natürlich eine Möglichkeit. Du kannst dann kreativ sein und wenn du sicher sein möchtest, kannst du nachher dein erzeugtes LGS mit dem GTR prüfen oder bestätigen, dass die vorgegebenen Lösungstrippel das LGS auch erfüllen. Okay, aber das nehme ich jetzt hier als römisch 2a. So, zweimal die erste Zeile, also 2x1 minus 6x2 minus römisch 2, also minus x3 gleich. Zweimal 1 ist 2 minus minus 2 ist 2 plus 2 ist gleich 4. Und als dritte Gleichung nehme ich jetzt mal römisch 1 minus 2 mal römisch 2. Das ist x1 minus 3x2 minus 2x3 und das ist 1 plus 4 ergibt 5. Und damit hätten wir so ein LGS aufgestellt, welches diese Lösungsmenge hat, die natürlich unsere beiden vorgegebenen Lösungstrippel enthält. Das ist jetzt zwar nicht verlangt, aber wir können ja mal kurz die Probe machen, indem wir die Koordinaten unserer beiden Punkte hier in unser LGS eingeben. So. Und wenn du das Video anhältst und nachrechnest, wirst du feststellen, dass in jeder Gleichung des jeweiligen Gleichungssystems eine wahre Aussage entsteht. Unser aufgestelltes LGS funktioniert also. Und in der letzten Aufgabe sollen wir noch ein weiteres Lösungstrippel des Gleichungssystems angeben. Da können wir irgendeinen Wert für r nehmen, zum Beispiel r gleich 5. Und dann hätten wir doch die Lösung 1 plus 3 mal 5, dann 5 und minus 2. Also ausgerechnet 16, 5 minus 2 als Beispiel für eine weitere mögliche Lösung. So, das war es mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir geholfen. Und wenn das so ist, dann kannst du mir helfen, indem du noch schnell möglichst viel von diesen Sachen hier machst. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Fürs richtige Verstehen und Lernen reicht Zuschauen aber nicht aus. Daher gibt es für die meisten meiner Videos, auch für dieses Video, Arbeitsblätter zum Download, damit du dich schriftlich mit dem Stoff auseinandersetzen kannst. Auch gibt es umfangreiche, kostenlose Aufgabensammlungen. Alles mit QR-Codes versehen, sodass du dir einen interaktiven Mathe-Lernordner erstellen kannst, der dich auf dem Weg zum Abi begleitet. Übrigens, wenn du den Kanal gut findest, werde doch Kanalmitglied von Mathe hoch 13. Ab Level 2 erhältst du vorab Zugriff auf Videos, die erst später veröffentlicht werden oder zu Videos, die ich exklusiv für meine Unterstützer mache. Check einfach mal den Kanalmitgliedschafts-Button. Das ist der Button neben dem Abonnieren-Button. Fragen und Anregungen? Immer rein damit in die Kommentare. Und vielleicht sind die Videos im Abspann ja auch was für dich. Bis dahin. Ciao. Ciao.